Titelverteidiger Real Madrid ist im Champions-League-Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam gefordert Das Hinspiel geht am Mittwochabend in der Johan Cruyff Arena über die Bühne. In der Saison 2012-13 trafen die beiden Klubs zuletzt aufeinander Der niederländische Rekordmeister zog in der Gruppenphase zweimal mit 1 zu 4 den kürzeren Die wichtigsten Infos zum Achtelfinal-Hinspiel gibt es hier zusammengefasst. Der BTV-Sender Sky überträgt die Party live und in voller Länge Wer das Achtelfinal-Hinspiel an mobilen Endgeräten mitverfolgen will, braucht die App SkyGo Sitzt seit Dezember 2017 bei Ajax Amsterdam auf der Trainerbank. Erik Den Haag die Bilanz von Ajax Amsterdam im neuen Jahr fällt durchwachsen aus Einem Unentschieden und zwei Siegen stehen zwei Niederlagen, darunter auch die deutliche 2 zu 6 Pleite gegen Feyenoord Rotterdam, gegenüber In der Liga verloren die Niederländer zuletzt beim Tabellnachten Herakles Almele mit 0 zu 1 Real Madrid präsentierte sich in den vergangenen Wochen im Guter Verfassung. Keines der letzten sieben Pflichtspiele ging verloren, sechs Siege, ein Unentschieden Die Generalprobe am Samstag ist den Königlichen geglückt. Im Stadter besetzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Santiago Solari gegen Atletico Madrid mit 3 zu 1 durch Drei Tage zuvor trennten sich Madrid und der FC Barcelona im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey mit einem 1 zu 1 Unentschieden Real Madrid geht als leichter Favorit und nach dem Erfolg im Stadterby auch mit breiter Brust in die Partie Karim Benzema, Toni Kroos und Co. werden vom Anpfiff weg um die Spielkontrolle bemüht sein Ajax hat bereits in der Gruppenphase beim 3 zu 3 Unentschieden gegen den FC Bayern München bewiesen, dass man vor heimischem Publikum auch mit großen Gegnern mithalten kann Der Gastgeber wird versuchen, mit schnellem Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche zu setzen Dann hat er den Krim im Stadter zu setzen Entschuldigung auf den Krim im Stadter